Der, äh, äh, ähm, der, äh, hat, äh, hat der einen Stecker am Fuß? Aua, das ist ein ganz krasses Autschi-Bautchi. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem Versuche nicht, bö, oh, oh, das war heiß, da hätte man drauf kommen können vielleicht. Versuche nicht böse zu werden, Challenge, wir gucken uns, ähm, äh, böse Videos an, weil ich schon gesagt, guck uns Videos an, die euch auf die Palme bringen werden. Wir haben absolut unbefriedigende Videos und wir dürfen nicht böse werden, ja, wenn ich diese Challenge verlieren sollte. Was mache ich dann? Okay, ich hau mir, ähm, ich hau mir wieder Bertie Butts Bone rein, ja, in einen Geschmacksrichtung, Freunde. Lasst gerne einen Like da, wenn ihr wollt, Löwe, viele Likes heute. 4.000 Likes. Alles klar, Löwe hat's gesagt, Leute, 4.000 Likes machen wir auf jeden Fall voll mit unserem Motto, ja, ein wirklich sehr tiefes Motto. Flieg, Kleinwellensittich, Flieg, Richtung, Fixierung. Das ist ein sehr tiefes Zitat, ja. Vielleicht sollte ich mir einen Kleinwellensittich noch einschaffen. Sollte ich das machen? When you step on the plug, wenn du auf den Stecker trittst. Oh, ähm, ja, das, ähm, äh, ja, ähm, okay, geht noch vom Schmerz her. Lego finde ich da deutlich schlimmer an der Stelle, ja, wenn du auf Lego trittst, ähm, das ist ungefähr, das ist ungefähr so sieht die Reaktion aus, ne? Also hier ist mein Bein und jetzt trete ich auf Lego. Ungefähr so, meine Damen und Herren, ja. Oder hier. Ah, was ist das denn? Oh mein Gott, der hat einfach eine Ste... Der... Äh, äh, ähm, der, äh, hat, äh, hat der einen Stecker im Fuß? Aua. Das ist ein ganz krasses Autschi-Bautchi. Nein, Freunde, natürlich ist das kein echtes Blut, Freunde, würde ich euch niemals zeigen. Kein echtes Blut, das ist nur ein Fake, das war Fake-Blut. Und ich glaube, das war sogar Papier, ne? Also das war, hier, man sieht das, oder ne, das sind schon echte... Schon ein echter Stecker, aber das ist alles mit Blut gemacht und dann hier einfach festgeklebt. Ah, Alter, wenn... Stellt euch vor, das wäre echt... Kadauchi. Mawrotschki! Darautschki! Diagnose Autismus. Okay, 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 okay. Hier wird... Ah, das ist die Zitronenrolle, ne? Ähm, oder so hieß das bei uns Zitronenrolle. Vielleicht nur mit Schokolade. Ähm, schön geschnitten. Ah, wir reißen uns zusammen. Wir reißen uns zusammen. Ist doch nicht schlimm. Weiter geht's. Okay, wir haben... Ah, okay, diese Kreiseldachen, wo die Kugel da reinkreiselt. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Aha. Okay. 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 Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Komm, mach es. Mach es, Junge. Er macht's gleich. Es kann sich nur noch um wenige Sekunden halten. Guck mal, Heppaki. Er macht's gleich. Okay. Ich hätte gerne gesehen, wie es zu Ende geht. Aber, okay. Will er anscheinend nicht. Alles klar. Okay, als nächstes haben wir... Oh mein Gott. Diese... Diese Stampfmaschinen. Nein. Nein. Da kommt einfach nichts raus. Wie uns hätte es eigentlich das denn? Ich habe jetzt... Oh mein Gott. Ist das unsatisfiell. Kinetischer Sand. Was? Kommt auch nicht raus. Was? Ich finde Hydraulikmaschinen wirklich sehr cool. Und vor allem bei Kerzenwachs oder so. Wie cool, dass ich den da rausspielt. Aber das ist so unsatisfying. Bei M&Ms? Das hätte ich nicht gedacht, Freunde. Okay, Freunde. Nächstes Video. Ähm... Ah, okay. Die kenne ich von TikTok. Die immer alles so perfekt einpassen. Einpacken. Okay, der hat es falsch rum eingepackt. Da fehlt einer. Ja. Oder falsch rum. Mach ihn einfach richtig... Mach ihn doch einfach richtig rein. Bitte. Mach ihn doch einfach richtig rum rein. Ich bitte dich nur darum. Um diese eine Sache. Bitte, ja. Okay, nächster. Okay, cool. Geht. Der spritzt das einfach daneben. Jetzt aber. Okay, macht... Das macht er mit Absicht. Das macht er einfach mit Absicht. Der will... Der will mich provozieren. Hör auf damit. Hör einfach... Bitte lass das. Mach das bitte nie wieder, okay? Mach das bitte nie wieder. Freunde, macht gute Grüße, bevor es weitergeht. Grüße hinaus an die Magik ist an das Kanal-Mitglied. Inka Prochno. An Jonathan Rosbach und an El Magic. Ähm... Kranker Name auf jeden Fall. Ähm... Okay, weiter geht's. Okay. I... Äh... Was? Hör, das macht mich sauer. I... Ein... Ein... Fleischball-Mandarin-Smoothie? Okay, das macht mich richtig wütend. Das... Macht El Maggi wütend. Was? I... Geht's? Es gibt viele Kombinationen auf dieser Welt, womit man Smoothies machen können. Regen, kannst du dich mal bitte ein bisschen beruhigen? Danke. Kurz. Regen. Ich nehm hier direkt auch auf einem Velux... Also eben so ein Schrägfenster auf, weißt du? Könnt ihr das hören? Hört ihr den Rausch des Regens? Kurze Bertie-Butts-Bohne, Freunde. Okay, wir haben Hellrosa, ja? Mhm. Aha. Äh... Oh. Hm. Das war so ein Auf und Ab. Okay. Okay, es ist Zuckerwatte. Es ist lecker. Okay, als nächstes haben wir... Oh mein Gott. Wubble-Bubble-Tetris. Komm, bitte rein. Das macht mich so sauer. Okay, nächster. Okay. Er malt den Stern aus. Mal ihn bitte einfach ganz auf. Okay, er malt die Münze. Er pauscht die Münze ab, okay? Ja, er verrutscht gleich. Er verrutscht gleich. Ja, ja. Komplett verrutscht. Okay, das sieht ja noch cool aus. Okay, sieht cool aus. Okay. Oh nein. Das war ein schönes Bild. Das war wirklich ein schönes Bild. Okay, ich hab gleich einen Hörsturz. Das, glaube ich, soll so... Also, das soll das Gegenteil von ASMR sein. Unbefriedigende Geräusche. Oh nein, oh nein. Diese Videos. Oh mein Gott. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ja, das ist schön. Nee, das ist nicht schön. Ah, das ist schön. Mhm. Okay. Die Tomaten waren auch sehr unbefriedigend. Ja, ja. Dieses... Das kommt immer viel zu spät. Ja, das ist sehr unbefriedigend. Es soll bitte mittig aufs Toast. Könnten wir uns bitte darauf einigen, dass es mittig aufs Toast kommt? Danke. Und dann ist ein Maki glücklich. Denkt an die 4000 Likes. Macht sie voll. Und dann ist alles gut. Regen, könntest du dich mal bitte beruhigen? Weiter geht's. Okay. Hä? Wie cool ist das denn? Oh. Okay. Das ist ein bisschen unzettet. Man würde gerne sehen, wie der Apfel durchgeschnitten wird. Aber das sieht cool aus. Okay. Diese Bilder machen mich zu 100% aggressiv. Ah. Ah. Dann ich mit den guten Socken in den Schlamm und eine Toilettebrille, die nicht drauf passen. Macht doch den Streuen bitte. Oh mein Gott. Oh. Oh. Mhm. Mhm. Aha. Diese Ringordner werden die nicht perfekt zusammenpassen. Ja. Okay. Ich ähm. Ich wurde wieder richtig böse. Ich fände diese Challenge unermalier. Also die Sache macht mich einfach sauer. Okay. Okay. Dunkelgrün hatten wir schon ein paar Mal. Ich glaube, das ist so viel wie Gras. Also ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf Gras. Okay. Wir machen jetzt hier so. Also ich sage mal Rot. Weinrot. Okay. Mhm. Hm. Hm. Es schmeckt okay. Hm. Das ist glaube ich Kirsche. Nee, es ist Zimt. Es ist auf jeden Fall Zimt oder Kirsche. Das sind die beiden roten. Das ist Zimt, glaube ich. Boah, ich bin echt schlecht im Schmecken. Ich bin echt schlecht im Schmecken. Wir haben ein Gummiblechen versus Hydraulikpresse. Okay. Und jetzt? Okay. Das ist unsatisfying. Ich hätte gedacht, die quetschen richtig geil zusammen. Aber es ist einfach. Ja. Okay. Das ist voll der Fail. Wieso haben die Leute überhaupt eine Hydraulikpresse zu Hause? Darf die jeder einfach so kaufen? Oh mein Gott. Ist das schön. Was ist das? Nein. Geh doch mit dem. Er muss seitlich machen. Mach doch seitlich, Junge. Mach doch seitlich. Okay, weiter geht's. Okay. Oh nein. Schütt doch bitte nicht einfach alles daneben. Ist das so? Oh nein. Er ist mit einer Gabel. Und er hat einfach mit einer Gabel gegessen. Er macht erst die Milch. Schüttet die Cornflakes daneben. Von der Milch ging auch schon was daneben. Und ist dann mit Gabel. Bro. Okay, was passiert jetzt? Okay, das ging zu weit. Das ging definitiv zu weit. Du musst das rollen lassen. Du musst das in Ruhe ins Loch rollen lassen. Wie wir es vorhin hatten mit der Kugel. Du kannst es nicht einfach so ins Loch schieben. Das geht nicht. Das werden wir nicht machen, Freunde. Was macht der da? Oh mein Gott. Das ist so unsatisfying. Junge, mach doch das ordentlich. Boah, das ist unsatisfying. Wow. 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 Ich habe noch nie so ein schlecht zusammengepacktes Paket gesehen. Wow, Freunde. Mehr als wow kann ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, aber an dieser Stelle. Ich habe definitiv die Challenge haushoch verloren. Habt ihr sie gewonnen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und das war es auf jeden Fall mit der Versuche nicht böse zu werden Challenge. Ich bin raus an dieser Stelle. Haut rein. Macht die 4000 Likes voll. Hier gibt es einen Shop. Hier könnt ihr abonnieren. Abonniert. Genau, Löwe. Abonniert den Kanal. Und hier seht ihr zwei andere coole Videos. Checkt sie gerne ab. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen. Bis morgen. Eee. Eee.